Schauen Sie sich mal diesen Hyundai an. Mit dem Benzinmotor und dem manuellen 6-Gang-Getriebe ist dies ein fantastisches Auto für noch viele Kilometer. Nehmen Sie am Steuerplatz und entdecken Sie die komfortable Ausstattung mit einem beheizbaren Lenkrad, einem Touchscreen, einer Geschwindigkeitsregelanlage und vorderer Sitzheizung. Zur kompletten Ausrüstung gehören auch eine Alarmanlage, Leichtmetallfelgen und Stoßstangen in Karosseriefarbe. Untertitelung des ZDF, 2020